Scaffs, Scaff, Scaff, Scaffs, Cuff, Cuffs, Ups, 1000% Polyester. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Diabo-Eule YouTube-Kanal. Hier dreht sich ja alles ums Nähen, das wissen die meisten von euch. Und heute gibt es seit sehr langer Zeit mal wieder eine Folge Nastjas Näh-Tipps. Und weil es so lange her war, gibt es nächste Woche gleich noch eine. So oft wurde ich schon gefragt, Nastja, kannst du nicht mal ein Video dazu machen, was für Stoffarten es gibt? Und davon gibt es schon Teil 1 zum Thema Stoffe für Taschen. Und das verlinke ich euch natürlich hier an dieser Stelle. Da sind das natürlich hauptsächlich Webware-Stoffe bzw. feste Stoffe. Heute dreht sich alles um das Thema elastische Stoffe und Stoffe, die ich, also ich vor allem, für Babysachen nehme. Ihr könnt die natürlich aber auch für Erwachsenenkleidung nutzen. Bevor wir loslegen, eine grundlegende Sache. Ich bekomme ganz oft die Frage, ja, nehme ich da lieber Baumwolle oder Jersey? Und das ist für mich so, wo soll ich anfangen? Also, das eine ist die Art und Weise, wie der Stoff hergestellt wurde. Und das andere ist das Material. Also ein Jersey ist, da kommen wir gleich noch zu, eine Strickware oder eine Wirkware. Und Baumwolle ist das Material. Es gibt Jersey, der aus 100% Baumwolle ist. Was die meisten von uns meinen, wenn sie Baumwolle sagen, ist Webware. Mittlerweile steht aber auch in den meisten Stoffshops und Online-Shops Baumwolle da, weil was wir damit meinen, ist Webware. Und wenn man Webware sagt, wissen die Anfänger nicht, was damit gemeint ist. Deswegen nur, dass ihr das mal gehört habt. So, und damit legen wir dann direkt mal los. Das erste Stoff, Jersey. Jersey eignet sich natürlich wunderbar für T-Shirts, für alles Mögliche und ist so der Basic-Einsteiger-Stoff quasi, wenn man mit dehnbaren Stoffen anfängt zu arbeiten. Jersey ist weich, elastisch, beziehungsweise dehnbar und recht dünn. Der Stoff wirkt dabei gestrickt oder gewirkt. Und es gibt ihn aus den unterschiedlichsten Materialien. Oftmals ist ein sehr hoher Baumwollanteil dabei, bis zu 100%. Aber es gibt natürlich auch Jersey aus reinem Polyestern, aus Kunstfasern. Es gibt das Kose-Jersey, es gibt, gibt es Jersey aus Wolle? Ich habe mir jetzt noch keiner über den Weg gelaufen. Vielleicht gibt es auch das. Grundlegend unterscheidet man eigentlich zwischen Single und Double-Jersey. Das ist auch etwas, was ich neu gelernt habe. Single-Jersey ist einfach eins links, eins rechts gestrickt. Das seht ihr daran, dass der einen Vorder- und eine Rückseite hat. Und Double-Jersey ist mehr fadrig verwirkt. Und ist dadurch ein bisschen dicker, ein bisschen robuster, aber auch wohl elastischer. Es gibt, wie gesagt, reinen Baumwoll-Jersey und dann gibt es nochmal Jerseys mit Elastalanteil, die dann nochmal elastischer sind. Dann gibt es Interlock-Jersey, da sind dann zwei Lagen quasi miteinander verwebt. Der ist also quasi ein bisschen dicker. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Jersey-Arten. Nur so viel erstmal, damit ihr wisst, was Jersey ist. Es gibt noch Romanit-Jersey, Jakar-Jersey, Triple-Jersey und, und, und. Wichtig ist, egal welchen Jersey ihr vernäht, dass ihr eine Jersey- oder Stretchnadel verwendet. Die sind nämlich vorne rund und nicht ganz so spitz wie die Universal-Nadel oder Jeans-Nadel und so weiter. Sondern es ist ein bisschen abgeründet und die rutschen dadurch zwischen die Maschen und beschädigen diese nicht. Also die machen keine Löcher, weil diese Löcher ziehen sich dann ein bisschen größer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr Stretch- oder Jersey-Nadel benutzt. Sowohl an der normalen natürlich als auch an der Overlock-Maschine. So, weiter geht es zum zweiten Stoff. Sommer-Sweat bzw. French-Terry. Das ist wie Jersey, nur mit einer dickeren Rückseite, würde ich mal sagen. Also die Rückseite hat so eine Schlaufen, nicht so eine kuscheligen Schlaufen, sondern eher so eine sportlichen Schlaufen, wenn das in irgendeiner Form Sinn macht. Und eignet sich halt super für Sweatshirts, T-Shirts und so weiter. Ist halt ein bisschen griffiger. Ich finde, der große Vorteil von Sommer-Sweat bzw. French-Terry ist einfach, dass die Kanten nicht ganz so doll rollen wie bei einem dünnen Jersey. Und er sich dadurch ein bisschen einfacher verarbeiten lässt. Er ist jetzt nicht unbedingt der Winterstoff, obwohl er dicker ist halt als Jersey, sondern er nimmt halt auch viel Flüssigkeit auf und so weiter. Und trägt sich dadurch auch sehr, sehr angenehm im Sommer, weil er halt den Schweiß aufnimmt. Und ich finde ihn auch großartig für Schlafanzüge und ich nutze ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Also puren Jersey nutze ich sowieso selten. Also für Bodies macht das Sinn und halt, ja gut, für Hosen im Sommer, klar, ne, da geht das. Aber jetzt im Winter nutze ich selten Jersey, außer zum Abfüttern oder halt, um Bilder daraus zu nutzen für Applikationen. Sweat wiederum, gerade Sommer-Sweat geht auch mal für einen Pulli und so weiter. Das geht schon, aber besser ist natürlich dann noch was flauschigeres, da kommen wir gleich zu. Sommer-Sweat ist oft aus Baumwolle oder hat einen sehr hohen Baumwollanteil, oft auch noch Elastan dazu, damit das Ganze noch elastischer wird. Ja, und damit kommen wir, glaube ich, mal zum dritten Stoff. Alten-Vlies- bzw. Kuschel-Sweat. Es gibt für viele Stoffe immer doppelte Bezeichnungen, das ist manchmal sehr verwirrend. Das ist jetzt wie Sommer-Sweat, nur mit einer sehr, sehr kuscheligen Rückseite. Da gibt es auch verschiedene Varianten, mit einer sehr flauschigen Rückseite, wo dann wie so ein Vlies draufliegt oder wo dann wie so ein Fell dran ist. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten. Aber der ist dann halt wirklich dick und kuschelig und warm und eher so für Herbst-Winter geeignet. Ich liebe aus Kuschel-Sweat Pumphosen zu nähen, weil die einfach so flauschig und gemütlich aussehen. Ich würde mir am liebsten, könnte ich eigentlich mal machen, mir selber daraus eine Pumphose zu nähen. Geht natürlich auch prima als Hoodie, als Mütze und so weiter. Die Alpenfliese bzw. Kuschel-Sweats bestehen oft aus Mischgewebe oder rein aus Kunstfaser. Schaut da immer drauf, weil je mehr Kunstfaser drin ist, desto mehr schwitzt man damit. Und ganz oft sind die auch nur bei 30 Grad waschbar und gar nicht zum Bügeln gedacht. Also gerade wenn ihr applizieren wollt oder wenn ihr da drauf flotten wollt und so weiter, schaut da unbedingt auf die Verarbeitungshinweise. Da ist oft dann mit Vorsicht zu genießen. Kommen wir zu Stoff Nummer 4. Bündchenstoff darf natürlich auch nicht fehlen bei den elastischen Stoffen und ist ein absolutes Must-Have. Bündchenware oder Rippen-Jersey ist perfekt als Abschluss, als Bündchenabschluss für das Bauchbündchen, für Beinbündchen, für Halsbündchen, für Armbündchen, für Knopfleisten, für all sowas. Das gibt es mit dünnen Rippen, das gibt es auch mit richtig dicken Rippen. Diese dicken Rippen eignen sich bei Kinderkleidung nicht ganz so doll. Ich habe meine Pumphose damit genäht und das war einfach too much. Also da nimmt dann eher was Kleineres, Feineres. Das Ganze gibt es oft zu kaufen als Schlauch und ihr legt das dann, ihr müsst halt meistens eh so, Bündchen werden halt oft im Bruch zugeschnitten und dann legt ihr das einfach an eine Kante und dann schneidet ihr den Schlauch auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, das habe ich am Anfang gedacht, dass man quasi ein Bündchen finden muss mit dem Schlauchumfang von seinem Pulli nachher. Aber das ist Quatsch, nein. Vielleicht passt das bei irgendjemandem mal zufällig, aber es gibt auch Bündchen als Meterware. Aber meistens oder oft, sehr oft kriegt ihr Bündchen als Schlauch zu bekommen. Die sind halt auch nicht sehr breit, aber Bündchen ist sehr, sehr, sehr dehnbar. Und wenn ihr Bündchen an eine Kante annäht, näht ihr meistens Bündchen auf Zug. Jetzt bei einer Knopfleiste nicht unbedingt, aber bei einem Bündchen unten an einem Pulli zum Beispiel, dann näht ihr den so ein bisschen auf Zug und man sagt dann mal so Pi mal Daumen 0,7 mal der Länge von dem Pullover zum Beispiel plus Nahtzugabe. Also das ist dann ungefähr das, was ihr von dem Bündchen braucht. Ganz wichtig, dass ihr die Stretchrichtung beachtet. Der ist nämlich in eine Richtung super stretchig und in die andere nicht. Und zwar laufen ja diese Streifen so vom Strick und das ist die Fadenrichtung und die Dehnbarkeit oder der Stretch läuft im rechten Winkel dazu. Das ist ganz wichtig, dass ihr das beachtet beim Zuschnitt, weil wenn ihr dann ein Bauchbündchen habt, was nach oben und unten elastisch ist, aber die Breite nicht, bringt euch das nicht ganz so viel. Es gibt auch Fertigbündchen zu kaufen, sogenannte Cuffs. Ich habe einige da, aber ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel damit gearbeitet. Gerade bei dem Kleinen liebe ich halt diese Ausklappbündchen, die man doppelt ausklappen kann und damit dann noch eine Runde oder eine Größe weiter mit wächst. Das ist sehr, sehr praktisch. Deswegen habe ich noch nicht ganz so viel mit Fertigbündchen gearbeitet. Das ist dann eher was, wenn er größer ist oder halt, wenn ich mehr für mich nähen würde. Kommen wir zu Stoff Nummer 5, Softshell. Mit Softshell habe ich auch wenig gearbeitet bis jetzt. Ich habe gerade ein Projekt da lieben, ist tatsächlich ein Ufo. Ich habe neulich auch in der Story erzählt, ich habe gerade selten Ufos. Ufos sind übrigens unfertige Objekte. Ich dachte, das ist ein etablierter Begriff in der Nähewelt, aber es kamen doch noch mal ein paar Rückflagen, ein paar Rückflagen. Ich habe meine zwei Ufos da liegen, aber sie werden demnächst irgendwann fertig, aus Softshell. Softshell ist ziemlich cool, hat eine glatte Seite, gibt es in verschiedensten Mustern und die ist beschichtet. Und die Rückseite ist ein kuscheliger Vlies, ja, so ein klassischer Vlies letztendlich. Und Softshell ist Wasserabweisend bis Wasserdicht sogar, Winddicht einigermaßen. Und Schmutzabweise macht sich einfach ideal als Outdoor-Anzug, als Jacke für die Kleinen. Also dafür ist es wirklich wunderbar. Ich meine, ich glaube, ich brauche niemanden erklären, was Softshell ist. Jeder von euch kennt Softshell. Bei der Verarbeitung funktioniert es eigentlich auch relativ problemlos. Also ich hatte bis jetzt keine Probleme bei der Verarbeitung. Softshell ist allerdings nicht elastisch, das heißt streng genommen sollte er hier eigentlich heute gar nicht auftauchen. Aber es ist natürlich ein Must-Have-Stoff für Kinderklamotten, wenn ihr für Kinderklamotten näht. Oder halt generell, wenn ihr Klamotten näht im Outdoor-Bereich, auch für Erwachsene, ist Softshell natürlich super. Durch die kuschelige Innenseite müsst ihr Softshell bei zum Beispiel Jacken nicht abfüttern. Ganz wichtig ist, dass ihr beim Stecken von Softshell keine Nadeln verwendet, sondern Stoffklemmen, weil die Löcher sind natürlich bleibend im Stoff und die kriegt ihr nicht wieder raus. Etwas, was auch fand, ist, was ich gar nicht so wusste, Softshell soll man gar nicht unbedingt waschen, sondern eher abwischen. Wenn es wirklich mal gewaschen werden muss, aber es ist relativ schmutzabweisend, wie schon gesagt, dann müsst ihr den Stoff danach wieder imprägnieren, der verliert in der Wäsche seine wasserdichten Eigenschaften. Es gibt übrigens auch so eine Art Magic Softshell, wo dann so ein Muster erscheint, wenn er nass wird. Das finde ich auch ziemlich cool, habe ich aber bis jetzt noch nicht genutzt. Was ich oft gefragt werde, ist, ob ich bei Softshell die Nähte versiegele oder die Reißverschlüsse versiegele. Es gibt wasserdichte Reißverschlüsse zu kaufen, aber lass mal die Kirche im Dorf. Also wenn jetzt da, also wenn da jetzt ein Fluss runterkommt, ja, oder man durch einen Wasserfall geht, dann, ja, keine Ahnung. Also durch einen normalen, also nein, ich versiegele meine Nähte nicht und ich nutze aktuell auch keine wasserdichten Reißverschlüsse. Ich habe sogar welche da, aber das habe ich eher für Taschen verwendet. Ne, mache ich nicht. Gibt es, aber es gibt, es gibt Möglichkeiten. So, kommen wir zum Stoff Nr. 6 und zwar Fleece, Wellnessfleece, Wollfleece, Bubblefleece, Mikrofleece. Dieses ganze Kuschelzeug. Fleece ist super, Fleece ist flauschig. Wir alle kennen die Fleece-Decken vom Großen Schweden. Die könnt ihr auch direkt neben zum Nähen, ist eine sehr preiswarte Variante. Fleece ist oft eine reine Kunstfaser, achtet da unbedingt drauf und bringt einen dann so ein bisschen zum Schwitzen. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Fleece aus reiner Bio-Baumwolle, das ist natürlich ziemlich cool. Fleece ist sehr isolierend, tatsächlich aus den Kunstfasern ein bisschen mehr als aus Baumwolle. Es gibt, glaube ich, auch Wollfleece, das ist natürlich auch ziemlich cool. Und lässt sich genauso gut für den Outdoor-Bereich verwenden. Ist natürlich nicht wasserdicht, ist aber sehr saugfähig und trocknet sehr schnell. Dann gibt es Wellnessfleece. Wellnessfleece ist super, super flauschig. Aber ich glaube, das gibt es dann wirklich nur aus Kunstfaser. Aber ist natürlich nett für so eine Decke oder irgendwie sowas. Oder ein Kuscheltier. Kuscheltier. Kissen. Da ist natürlich sowas völlig cool. Fleece solltet ihr am besten immer auf links waschen und auch nur bei 30 Grad. Beziehungsweise schaut sowieso bei euren Stoffen immer darauf, was euch der Hersteller empfiehlt. Weil bei normalem Fleece kann es sein, dass der diesen Pilling-Effekt hat. Es gibt auch Anti-Pilling-Fleece, der dann nicht diese kleinen Kügelchen bildet. Aber das könnt ihr auch vorbeugen, indem ihr den halt eben nicht so oft wascht. Und nur bei 30 Grad und auf links. Schleudern am besten auch nicht und trocknen sowieso nicht. Dann gibt es noch so Teddy-Plüsch-Stoffe und sowas. Was manchmal auch gerade bei Babys im sehr jungen Alter sehr niedlich ist zum Abfüttern. Aber achtet auch hier darauf. Die gibt es halt oft aus 100% Polyester. Und das ist natürlich sehr, sehr schwitzig. Es gibt aber auch Teddy-Plüsch aus Baumwolle. Kann man, also würde ich dann eher empfehlen. Ah, und achtet bei so einem Teddy-Plüsch-Zeug auch immer darauf, ob die elastisch sind. Weil die gibt es natürlich auch in elastisch und nicht elastisch. Könnt ihr natürlich auch in nicht elastisch vernähen. Auch für Kinderkleidung müsst ihr dann nur gucken, ob euer Schnitt das hergibt. So, Stoff Nummero sieben. Jersey-Kord. Wer mir länger folgt, weiß, dass ich mir mit Kord immer noch so ein bisschen uneins bin. Früher habe ich gesagt, nein, Kord ist ganz schlimm, geht gar nicht. Mittlerweile habe ich drei Sachen aus Kord genäht. Eine Jacke aus so einem dünnen Baby-Kord. Eine Weste aus dem dicken Kord, Double-Face-Kord mit innen Kuschel-Plüsch. Und eine Hose aus Jersey-Kord. Und die ist eigentlich ziemlich cool. Also es gibt halt Kord, der elastisch ist, wie ein Jersey. Und der ist im Gegenteil zum Alpenvlies. Hat der ja außen die kuschelige Seite. Also wir alle kennen Kord. Hier kommt Kord. Ohne Helm und ohne Gork. Das heißt, außen diese fluffige Seite und innen halt glatt. Da gibt es auch verschiedene Breiten, Rippenbreiten. Also einmal quasi Baby-Kord oder halt richtig fett und breit. Und ja, kann man machen, muss man halt mögen. Und ist meistens auch aus Kunstfaser. Ich weiß gar nicht, ob es Baumwollkord gibt. Stoff Nummer 8. Wir nennen uns langsam dem Ende. Wollwalk. Walkloden. Walkstoff. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor kurzem ein Video darüber gemacht, wie ich einen Wollwalk-Anzug genäht habe für den Kleinen. Und ich liebe ihn. Er ist großartig. Vorher habe ich mich mit Wollwalk eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es war auch ein Material, was ich immer dachte, oh. Aber wenn man genau nimmt, ja, es gibt halt, ich habe auch einen ziemlich coolen Mantel aus Wollwalk, den ich nicht genäht habe, sondern gekauft. Und Wollwalk hat einfach mega coole Eigenschaften. Wollwalk ist meistens, wie der Name sagt, Woll aus 100% Wolle. Schuhwolle, Merino-Wolle, was auch immer. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch ganz viele verschiedene dicken. Es gibt dünnen Wollwerke, es gibt richtig dicken. Es gibt kratzigen. Es gibt super Kuschel-Wollwerk. Naja, so kuschelig wie Weikheit sein kann. Und er hat ein paar Eigenschaften, die ihn perfekt machen für solche Outdoor-Anzüge. Und zwar ist er atmungsaktiv. Er isoliert, also die Wolle. Er wärmt, wenn es kalt ist. Und er kühlt, wenn es warm ist. Also, dass das Kind nicht überhitzt und dass es nicht friert. Und er ist sehr schmutzanfällig. Er ist wasserabweisend. Also, wir haben den auch in gelb, den Anzug. Und er ist immer noch nicht dreckig. Also, er trägt den ja eigentlich fast jeden Tag. Und er ist jetzt, also, er rennt damit überall rum und auf den Knien. Und hast du nicht gesehen. Und er nimmt den Schmutz nicht so an. Also, es sind keine Flecken drin. Er wird insgesamt ein bisschen sämfiger. Aber er ist jetzt nicht so schmutzig, dass ich dachte, ich muss den jetzt ständig waschen. Aber, genau. Waschen ist halt so eine Sache. Pflege ist so eine Sache. Also, ihr könnt ihn nicht bügeln. Wolle waschen ist immer so eine Sache. Am besten nicht so oft. Und dann ganz vorsichtig, nicht steudern, ganz galatt auslegen zum Trocknen und so weiter. Wenn ihr mehr Tipps zum Thema Wollwalk haben wollt, dann schaut im passenden Video vorbei, wo ich einen Wollwalkanzug genäht habe. Kommen wir zu Stoff Nummer 9. Und zwar, Pullstoffe habe ich verwendet, als ich die Letzchen genäht habe. Und zwar ist es letztendlich beschichteter Jersey. Also, ein beschichteter Stoff, der elastisch ist und wasserabweisende Eigenschaften hat und sehr, sehr dünn ist. Und damit eignet er sich natürlich perfekt für so ein komplettes Letzchen, also so ein Fullbody-Letzchen. Oder auch für leichte Jacken für den Sommer. So, und dann kommen wir zum letzten Stoff Nummer 10. Und zwar, Strickstoffe. Und damit ist auch wieder eine riesen Schublade aufgemacht an verschiedenen Stoffen, die es da gibt. Klassisch, das, was wir uns vorstellen, wenn Omi den Pulli strickt, gibt es halt Strickware zu kaufen. Also, ich meine, Jersey ist auch eine Strickware, aber halt Stoff, der wirklich aussieht wie Wolle gestrickt. Also, eins links, eins rechts unter dem Motto. Und da habt ihr dann halt Rippenstrick. Das wäre jetzt klassisch Rippenstrick. Dann gibt es Strick-Jacquard. Es gibt Kuschelstrick, was ich ziemlich cool finde. Also, auch wieder mit einer angerauten Rückseite. Es gibt so viele verschiedene Stricksorten und Strickoptiken. Und halt auch aus den verschiedensten Materialien. Aus Baumwolle, aus Mischgewebe, aus Kunstfasern, aus Wolle. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, was vielleicht gerne untergeht, weil man guckt gerne im Stoffladen vielleicht oder online dann halt nach Jersey und Sweat und lässt dann so die Strickstoffe außer Acht. Aber gerade so Jacquard-Strick und so finde ich ziemlich cool. Da sind sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ich habe letztes Jahr einen Jolly Jumper aus Jacquard-Strick genäht und den hatte der Kleine halt im Herbst immer draußen an. Und das war mega cool. Einfach drübergezogen über die Klamotten. Und der war sehr, sehr cool. Und ich habe auch eine Pumphose daraus genäht und die ist auch mega cool. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aus Kuschelstrick habe ich gerade einen Pulli genäht für den Kleinen. Das ist auch mega cool. Da ist allerdings ein relativ hoher Polyesteranteil drin. Aber, mei. So, das waren meine zehn Stoffe. Ich habe hier natürlich einiges ausgelassen. Einiges, also ich kann ja nicht alles abdecken. Aber so können wir uns vielleicht immer mal in einem Video bestimmten Stoffen zuwenden. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Stoffarten ich das nächste Mal beleuchten soll. Vielleicht gibt es ja dann noch eine Kategorie. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr was gelernt habt, was Neues gehört habt, dann freue ich mich total, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked. Und wenn ihr mich abonniert, dann kriegt ihr immer mal wieder Neuigkeiten. Es gibt auch ganz, ganz viele Anleitungen. Und ich würde mich natürlich freuen, euch hier begrüßen zu können, weil es ja noch nicht an Bord seid, der DIY-Crew. So, nächste Woche geht das hier direkt weiter mit einem Nasdaas-Näh-Tipps. Aber zu einem ganz anderen Thema freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und ich würde sagen, bis dahin habt ihr eine schöne Zeit. Was ich euch an dieser Stelle noch sehr ans Herz legen kann, ist, wenn ihr euch jetzt nämlich fragt, ja, aber Nasdaa, wo sind denn die ganzen schönen Stoffe her? Ich verlinke euch ein paar unten. Aber schaut euch auf jeden Fall das Video an, wo ich meine Stoffe kaufe. Ich liebe dieses Video, wenn ich es mir selber angucke, Vorsicht, das wird ein teures Video. Das ist bei mir auch so, wenn ich mir das Video nochmal angucke, ich bin gleich sofort wieder Stoffe shoppen. Da habe ich euch meine 20 liebsten Online-Stoff-Shops verlinkt, also schaut da unbedingt vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss!